Anspiel vor Bührer, wie gesagt, Lugano ohne Torhüter, mit sechstem Feldspiel und doppelter Überzahl. Numelin, das wäre ja ein Ding, wenn jetzt doch der Ausgleich kommen würde. Veltonen, Veltonen, Numelin und Menelok! Geht's ja gar nicht! Das ist nicht zu überbieten! Mike Menelok und wieder dasselbe Spielchen. Der Pass von Numelin. Deutet den Schuss an, spielt den schnellen Pass, Ecke offen, Menelok trifft Hagenau. Einen Unterschied zum dritten Drittel gibt's allerdings. Schuss mit dem Tur retra fera ich auf mine Halt. incs. Vielen Dank.